so da sind keine probleme mehr das mag ich so gut dann müssen wir das natürlich dem laser noch zuweisen jetzt hat er natürlich den egal das kommt cannot be loaded police fix laser mit laser keine probleme Na toll! Was machen wir jetzt mal? Kann man hier irgendwo... Ah, hier, Refresh? Ne, funktioniert auch nicht. Man hat mit diesen Duplizieren bei Skripten wirklich nur Probleme. Okay, können wir hier irgendwie Refreschen? Nein. Oder halt! Aktualisieren. Funktioniert auch nicht. Ich habe jetzt kein Torpedo mehr. Versuchen wir mal. Wo ist denn das jetzt? Clostpedo. Wieso heißt das... Ah! Projectile. So! Das benennen wir jetzt wieder um. Der hat das auch hier umbenannt. Deswegen haben wir da Probleme. Funktioniert das jetzt wieder? Ja, jetzt funktioniert es wieder. Okay, wenn das so ist, dann lassen wir das Projectile doch... Projectile. Dann kommt man nicht so ganz durcheinander und machen das hier zu Torpedo. Dann benennen wir jetzt den Laser um zu Torpedo. Torpedo. Und umbenennen. So, hier wird das auch umbenannt. Wo ist er denn? Der Laser. Zu Torpedo. Und jetzt müsste beim Tor... Tor... Torpedo... Steht Projector. Okay. Torpedo und Projector. Das passt dann wieder ein bisschen besser. Gut. Alles neu laden. Nein! Was ist denn jetzt für ein Fehler? Projector. Torpedo müsste noch da sein. Ja. 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 Speichern. Funktioniert doch. Äh, Projector und Torpedo. Ja, funktioniert eindeutig. Okay, wir haben hier Torpedo zurückgegeben. Und beim Projectile müssen wir jetzt noch Laser zurückgeben. Also nicht zurückgeben, sondern übergeben als Wert. Gut. Dann kopieren wir uns das... Das war jetzt eine schwere Geburt. Kopieren wir uns das nochmal. Und wir haben ja hier irgendwo auch noch ein unteriger Enter. Hier. Wenn es also das hier nicht ist, dann machen wir ein... Mist. Ein Else. Hier. Und kopieren das hier noch. Da. Ja, schön. Jetzt. Oh, das bringt mir noch... Unverstand. Echte. So. Gut. Dann haben wir... Was hat er denn für Fehler hier? Ach, genau. Hier ist der Gegner. Ja, ist er wieder... Wir machen wir... Aber halt mal. Dann machen wir das hier zu Boss. Hier soll er den Boss finden. Weil das nämlich nur hier initialisiert wird. Dann machen wir hier Find the Boss. Dann ist es hier ein bisschen anders. Ähm. So. Boss Enemy wird zu Boss. Nein, das soll nicht umbenannt werden. So. Boss Enemy. Das hier zu Boss. Das soll deshalb nicht umbenannt werden, weil es sein könnte, dass er da oben dann auch noch... Also hier zum Beispiel rumspinnt. Und das ändern will. So. Boss. Dann brauchen wir auch hier das Get Component nicht mehr. Nicht mehr. So. Dann können wir direkt darauf zugreifen. Okay. Das hier allerdings soll nicht sein. So. Also findet der Boss. Es findet eine Explosion statt. Und es wird Damage the Boss gemacht mit... Ähm. Gut. Dann müssen wir jetzt nachsehen. Ich werde es so machen, dass wenn der Schild online ist, dass erst der Schild zerstört wird und beim zweiten Mal Detektion wird der Player zerstört. Das heißt, ähm. Shields. Collider. Enabled. Gleich. True. So. Dann kopieren wir uns das hier. Mit Shield. Und. Ähm. Darüber hinaus wird. Ähm. Shields. Armor. Gleich. Auf Null gesetzt. Jetzt muss ich mal nachsehen. Haben wir das bei Regener Rage Shield gemacht? Nein, haben wir nicht gemacht. Das heißt, äh. Wir brauchen noch das hier. Damage the Boss. Turn the Shield off. Äh. The Player Collider on. So. Damit das. Ähm. Wird der Schild ausgesetzt. Ansonsten. Haben wir hier. Begeben wir hier noch Player. Und. Da wird der Spieler dann zerstört. Dann machen wir das hier. Reduces the life of the. Lives of the player and reset weapons. Ähm. Passt. Passt. Stop Crotin. Okay. Was wir jetzt noch brauchen ist. Ähm. Wo haben wir das? Ach. Moment mal. Das haben wir bei Destroy Ship drin, oder? Genau. Da haben wir bei Destroy Ship drin. Das. Machen wir hier. Okay. Das müsste jetzt passen. Das heißt, ähm. Wir können jetzt auf den Boss schießen. Jedes Produktiv wird zerstört. Und verursacht theoretisch Schaden. Denn wir haben die. Äh. 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 Das Damage the Boss noch nicht fertig gemacht. Aber wisst ihr was? Hier. Kommt es jetzt danach. Denn es könnte sein. Dass der Spieler mit seinem letzten Leben sagt. Ich mache Karikaze und zerstöre den Boss. Und wenn wir das hier. Das hier da oben haben. Bei Damage the Boss werde ich auch die Siegbedingungen mit einbauen. Ähm. Dann könnte es sein. Dass der Boss zerstört wird. Und dann steht da gewonnen. Obwohl man eigentlich tot war. Weil das hier nämlich. Erst danach abgebaut. Äh. Abgerufen. Abgearbeitet. So rum. Abgearbeitet wird. Und jetzt wird erst das abgearbeitet. Das heißt. Wenn man hineinfliegt und den Boss theoretisch zerstört hat. Hat man trotzdem verloren. Weil man selber auch zerstört. Getötet wurde. So. Als nächstes machen wir dann. Ähm. Jetzt kurz überlegen. Ich glaube wir machen den Boss enemy. Und zwar das Damage the Boss. So. Da. Machen wir jetzt eine. Abfrage. Sort of. Damage. Equals. Ähm. Also. Die Methode Equals werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Äh. Hier bestimmt ob diese Distanz von System String und ein. Angebnis Objekt das ebenfalls ein System String Objekt sein muss. Denselben Wert haben. Man kann Strings nicht mit gleich gleich verwert. Ähm. Also nicht direkt. Ähm. Ähm. Vergleichen. Denn. Dadurch werden. Würden. Die Verweise. Verglichen werden. Immerhin. Ähm. Es ist so. Die Strings. Das sind eine eigene Klasse. Die. Chars. Als Attribute haben. Als Werte. Und die Länge. Und. Mit gleich gleich würden wir den Verweis auf das Wort prüfen. Und das ist aber nicht immer gleich. Das heißt wir müssen mit Equals prüfen ob es derselben Wert hat. Ob es dasselbe Wort einfach ist und nicht das. Ob es das gleiche Wort ist und nicht dasselbe. So rum. Bei gleich gleich würde dasselbe Wort geprüft werden und bei Equals das gleiche. Und wir wollen das gleiche prüfen. Ich hoffe ihr habt den Unterschied verstanden. Das ist sehr wichtig. Okay. Ähm. Meistens werden wir wahrscheinlich mit dem Laser schießen. Äh. Da. Ich davon ausgehe dass man nicht Kamikaze unbedingt macht. Und es sein könnte da. Und äh. Torpedos und Raketen begrenzte Munition haben. Da heißt es am wahrscheinlichsten dass wir den Laser schießen. Also werde ich das auch als erstes prüfen. So. Ähm. So dann brauchen wir jetzt. Kopieren wir uns einfach mal kurz vom Player. Das hier. So. Das hier ist jetzt die. Hier wird halt beim Player das mit dem Schild auch mal gemacht. Das heißt der Schild runter gesetzt. Und das kopiere ich mir jetzt einfach hier rein. Das hier brauchen wir nicht. The Shield or. The Boss. So. Wenn die Schild immer größer 50 ist. Dann. Machen wir jetzt einen festen Wert. Bei Laser. Nee. Moment mal. Wir könnten ja einen festen Wert direkt übergeben. Dann brauchen wir kein String. Übergeben wir einen Float Wert und zwar Damage. So das müssen wir jetzt natürlich überall ändern. Ähm. Torpedos. Ich hätte gern das. Die Laser. Fangen wir mal mit Projector an. Die Laser. Sag ich. Sie sollen 1% vom Schild abziehen. Also 1. Die Torpedos. Die sollen 5% vom Schild abziehen. Obwohl. Die schießen ja immer doppelt. Machen wir doch lieber 2%. Und die Raketen machen dann 5% Schild. Vom Schild weg. Der Player. Soll. Wenn er ein Schild aktiv hat. Dann soll er Shield Armor. Mal. 0,1. Zurück geben. Das heißt. Wenn er 100% Schild hat. Dann werden 10% vom Schild. Vom Boss weggehauen. Und wenn die Shield Armor. Eben auch. Weil der hier bisschen. Kleiner ist. Und so weiter. Wenn. Oder machen wir vielleicht. Ach. Machen wir nur 0,2. Dann werden 20% weggehauen. Wenn. Die Shield. Beim Player. Wird 0,5. Äh. Werden 50. Wenn er 20% hat. Zum Beispiel. Dann wird. Er werden 4 Punkte nur noch abgezogen. Weil der Schild vom. Oder. 10%. Dann sind es. 2 Punkte. Weil der Schild vom Spieler. Natürlich sofort zusammenbricht. Wenn der Spieler dagegen fliegt. Dann. Ist es schon. Direkte Schaden. Da wird. Äh. Der Schaden. Einfach. Zurück. Gegeben. Okay. Zurück. Zum Boss. Dann brauchen wir auch. Das hier. Nichts. Sondern. Wir kopieren uns. Einfach. Das hier. Raus. Zack. So. Es wird. Jetzt. Verglichen. Ähm. Wenn. Die Schild. Aber. Größer. Als. 50. Ist. Dann. Schild. Ist ja. Klar. Höchstens. Kann. 50. Abgezogen. Werden. Durch. Wenn. Der Spieler. Ohne Schild. Reinfliegt. Macht. 50. Schaden. Ansonsten. Und. Hier. Wir. Halt. Mindestens. 51. Und. Das wird. Geprüft. Aber. Größer. Als. Damage. Oder. Gleich. Gleich. Neh. Moment. Mal. Mal. Wenn. Er. Ist. Das ist. Ein. Fehler. Es. Muss. Gleich. Sein. Wenn. Es. Muss. Größer. Gleich. Wäre. Dann. Könnte. Er. Auf. Null. Angesetzt. Werden. Ohne. Dass. Er. Zusammenbricht. Wenn. Er. Auf. Größer sein. Zurück. Zum. Wenn. Der Schaden. Größer. Der Schild. Noch. Größer. Als. Der Schaden. Dann. Wird. Abgezogen. Gesetzt. Ansonsten. Wird. Die Schaden. Null. Gesetzt. Und. Der Collider. Vom. Boss. An. Das. Passt. Wenn. Der Collider. Aus. Ist. Vom Schild. Dann. Brauchen. Wir. Das. Nein. Das. Einzige. Was. Da. Gemacht. Wird. Ja. Wir. Kommen. Hier. Einmal. Wo. Haben. Wir. Es. Denn. Das. Ist. Ja. Gar. Nicht. Hier. Sondern. Ist. Hier. Hier. Laut. The Wind. Screen. Das. Holen. Wir. Uns. Raus. Denn. Das. Kommt. Jetzt. Wenn. Der. Aus. Ist. Der. Winscreen. Geladen. Das. Hier. Kann. Weg. Jetzt. Müssen. Wir. Das. Noch. Bei. Project. Habe. Ich. Glaublich. Raus. Geholt. Jetzt. Brauchen. Wir. Hier. Den. Haben. Wir. Brauchen. Wir. Einfach. Haben. Wir. Haben. Wir. Das. Auf. Static. Nein. Dann. Machen. Wir. Das. Auf. Static. State. 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 Waiting. Static. Static. State. Halt. Nicht. Ach. Wir. Müssen. Es. Auf. Public. Machen. Nein. Hätte keine defension für state. Bin ich blöd es ist auch bei podcasts hin formatos. operieren. Mind. Ham. Ja. Genau. So. Jetzt aber. ich. Okay. haben wir sonst noch irgendwo steht hier hier irgendwo müssen wir das auch noch haben hier so so dann wir müssen natürlich machen das darf nur passieren wenn der status